Was für ne Problem? Oh ja, die vernichten ja alles in meiner Basis. Wie geil. Was für Gebäude denn? Oh, die können off. Hickt euch doch. Ich brauch jetzt erstmal was zur Verteidigung, diese scheiß Luft. Ich brauch mal Luftabwehr. Oh ja, geil. Was kommt als nächstes? Was ist das denn? Oh, Flammenflammenwerfer. Ja, genau, was ich... Oh, von da hinten? Fickt euch doch. Er ist in die Mission ausgedacht. Warum haben die nur so scheiß Schütze? Tausche die Technologie nicht aus von dem, wo ich hab. Oh ja, klemmt euch. Geil. Super, ha, fliegt euch. Wie soll das denn gehen? Ja, und mein Kraftwerk, genau. Wo lauft ihr denn? Oh nein, nicht noch mehr. Sollt ihr das alles vernichten? Und wo bleibt für Hölle meine Verstärkung? Fünf Minuten? Ja, habt's doch nicht mal alle. Oh, repariert doch nicht so viel. Repariert lieber das Kraftwerk. Geil, ich muss Tidebox bauen. Wie scheiße ist das denn? Hopp, beweg dich da vor, Mensch. Toll, Kommander dich daheim lassen können. Welches denn jetzt schon wieder? Konstruktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Oh, wo ist der? Ach nein. Ich weiß auch jetzt alles mit dem. Oh, Cybox, kann ich dem dazuweisen oder was? Doch. Oh ja, jetzt kommen sie schon wieder. Was macht mal Luftabwehr? Nix. Geil. Nein. Na, endlich kommen die Verstärkungen mal an. Verstärkungen sind eingetroffen. Wird doch mal Zeit hier. So, du bist da noch. Langsamer, ich brauch viel mehr Zeit. Ich brauch, was brauch ich jetzt? Ich brauch Luftabwehr. Ich brauch, ach, ich brauch so viel. Luftabwehr, Luftabwehr, Luftabwehr. Kann es sein, dass sie völlig nutzlos ist? Du brauchst mal noch irgendwas zum Verteidigen dahinten hin. Oh, diese scheiß Mugge sind jetzt nicht gleich verpisst, dann flippe ich aus. So, hier. Schießt ihr jetzt mal den Panzer kaputt, oder? Oh, geil. Mein Verteidiger ist... Na, komm, bewegt euch. Oh, wieso kann ich denn alle Commanders gleichzeitig auswählen? Ah, geht. Okay, so geht es. So, die 1 ist da unten eh tot. Also von daher uninteressant, was da unten noch passiert. Die kriegen vielleicht nur den Panzer kaputt, das wäre eine schöne Sache. Aber mehr schlafen sie an, nimm mal. Oh ja, die hat inzwischen wieder alles kaputt gemacht, was ich da vorne aufgebaut habe, was zum Glück nicht viel war. Ah, geil. Ja, ich hab genau... Es war mir so klar irgendwie, dass sowas passiert. Oh, kriegt ihr heute noch den Panzer kaputt, verdammt? Gebäude wird angegriffen. Was ist denn jetzt schon der Vereins? Konstruktion abgeschlossen. Ich hab doch so schon so wenig. Kommt da her. Ich brauch eine neue Fabrik. Ich brauch... Nein, ich brauch noch viel mehr Luft dafür. Oh, kriegt ihr den Panzer? Oh, komm, jetzt vernichtet den da. Und warum ist der Commander schon wieder ganz vorne? Können wir das mal jemandem sagen? Soll der nicht lieber da hinten sein? Und ja, die kommen schon wieder mit Panzern. Was? Warum hab ich die Transponderung nicht vollgeladen? Was auch immer es ist, schick's mir. Boah. Und wieso laden die immer nur einen Transporter nach dem anderen voll? Was ist das für ein Schmachsinn? Oh, ihr könntet bei Cyborgs mit Raketen. Ja. Halt, die Forschung und... Ah. Ich kotze gleich. So, muss lang. Ich brauch jetzt da vorne einen neuen Turm. Was haben die überhaupt die ganze Zeit über gemacht, während ich das... Oh, geil. Die Aterie zerhackt mir alles. Fickt euch. Ich kann nicht mal was aufbauen. Ah, komm, jetzt macht den endlich frackt. Oh, ist es denn so schwer? Und warum hab ich die Forschung? Ah, die Forschung. Oh, die kommen schon wieder mit. Geil. Geil. Wie nutzlos mein Flagg ist. Diesmal nicht nutzlos. Wie viel muss ich davon bauen, bis es mal was bringt? So, ihr seid ab sofort zwei. Zwei fährt mal dahin und baut noch viel, viel mehr Luftabwehr. Oh, komm. Nein, ich muss auch was gegen die Panzer bauen. Oh, ne? Scheiße. Oh, komm. Und was macht ihr? Nix. So, wir stehen einfach nur dumm rum und... Oh, wir kriegen nicht einfach so einen Scheißpanzer kaputt. Und die Adlerieze hackt mir schon wieder alles. Und warum ist der noch nicht kaputt? Konstruktion abgeschlossen. Nein, zwei... Uff, hättet ihr jetzt schon wieder hin? Ihr macht mich wahnsinnig. Repetiert das Kraftwerk, komm. Fickt euch ins Knie. Ja, komm, fahr da mal weg. Das hat keinen Sinn, so. Ihr sollt da wegfahren und nicht noch zwei Stunden warten und auf den Feind schießen. Verdammt nochmal. Abgeschlossen. Nein, er soll da drauf schießen. Boah, komm. Ich hab das Kraftwerk endlich repariert. Zeit wird's auch. So, Verteiligung. Nach vorne baue ich jetzt gar nichts. Das hat keinen Sinn. Und warum bauen die überhaupt Mauern? Man baut keine Mauern. Man baut nur Türme. Eine Mauer aus Türmen, verdammt. Welcher Idiot hat diese Einheit befehlt? Dann sollte man erschießen. Oh, das sind Panzer. Ja, geil. Und warum zur Hölle halten die Cyparks so viel aus? Weil ihre Schwachstelle im G sind. Das ist doch Schwachsinn. Wer gibt diese Schwächen? Konstruktion abgeschlossen. Völliger Unsinn. Oh, und ihr repariert die Mauern. Wie toll. Wie toll. Nicht reparieren. Neue Verteilungseinheiten bauen. Das hat doch... Oh, langsamer, langsamer. Oh, langsamer, 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 langsamer. Hört auf, die Mauern zu reparieren. Nummer eins. Meldet. Ah, komm, vernichtet. Nicht ein einzig. Konstruktion abgeschlossen. Welches? Ach, sollen sie auf die Mauern abbeschießen? Das ist mir doch egal. Nummer zwei. Ihr fahrt... Ihr sollt doch nicht da draußen rumfahren, verramt. Fahr da rein, ihr Idioten. Das Kraftwerk steht noch. Kraftwerk steht noch los. Mauer das Loch da mal zu. Und irgendwo... Ich muss was gegen ihren Transporter entnehmen, der immer wieder kommt. Na komm, vernichtet halt diesen... ...Eispanzer. Konstruktion abgeschlossen. So, jetzt bauen wir noch wen... Auch wegen... 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 Wegen was auch immer. So, speichern. Gebäude wird angegriffen. So. Wenn ich's da vorne hinbaue, dürften sie mich nicht treffen. Hoffe ich einfach mal. Hoffen wir das Beste. Das wird nix mehr. Komm, zieht euch mal zurück. Zieht euch zurück, kommt. Das wird doch eh nix mehr. Nein, ihr habt's einfach... Ja, fahr noch wenng weiter vor. Konstruktion abgeschlossen. Topffahrer mal weg. So, ganz ruhig, ganz ruhig. Bauen wir erst mal Kommandozentrale wieder auf. Oh, ganz ruhig. Reveror... 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 Sieht schlecht aus. Der Beude wird angegriffen. Haben wir nicht irgendwie ein Verteidigungsgebäude, ne? Nein, die schießen nur die Mauern kaputt. Gut, gut, gut. Konstruktion abgeschlossen. Oh, ich hab wieder Karte. Ich hab wieder... Karte ist Bauma, als nächstes, als nächstes, als nächstes, als nächstes, das. Irgend... Forschung abgeschlossen. Ich stell grad fest, ich hab saufel Platz in der Basis. Überhaupt kein... Ach, jo... Hochexplosive Gschosse, komm. Und, was hab ich gesagt, über Mauern reparieren, das wollen wir nicht. Warum kann ich da nirgends so was bauen? Das ist doch... Was ist das? Maschinengewehr-Bunker. Der wird abgerissen. Abreißen, komm. Nein, ich will kein Abreißen bauen. Ich will... Verdammt! Da stand eben ein Bunker, warum kann ich da jetzt kein... Oha... Ich will mich eigentlich verarschen. Ihr wollt mich verarschen, ne? Oh, geile Scheiße. Okay, ich brauch noch mehr Verstärkungen. Hab ich nicht noch einen Commander irgendwo? Einen. Zwei. Ein. Nein. Gebäude wird angegriffen. Ja, langsamer hier, langsamer. Nehmen wir davon welche mit und davon. Und schick los. Was macht sie da vorne? Und schick auf den Scheiß. Vater, weg! Oh, es ist doch... Und warum kann ich da nirgends so was bauen? Wer hat sich denn Scheiß ausgedacht? Alter, echt? Ich kann da... Vater, endlich weg! Mensch. Geil, ich kann da also gar nichts bauen. Wie geil. Ach, größere Gebäude kann ich bauen, ne? Fickt euch doch, ihr dummen Wichser. Gebäude wird angegriffen. Die Luft dafür ist immer noch völlig sinnlos. Nein, 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 nein. Konstruktion abgeschlossen. Oh, ihr solltet doch nicht da rausfahren. Und, ah, da ist alles so eng hier. Wo ist mein Commander? Habe ich ja nicht noch einen zweiten mitgebracht? Hat er... Und zwei fährt schon wieder davor. Ja, genau. Hochexplosie. Hochex... Oh nein, jetzt habe ich... Oh, es geht zum Glück gleich da weiter. Ich muss noch... Ich muss noch das da draufsetzen. Feindlicher Transport entdeckt. Ah ja, schön für euch. Och, komm. Gebäude wird angegriffen. Ja, ist schön. Interessiert mich grad mal überhaupt nicht. Funktion. Yes, holt nicht da vorfahren. Ja, hier, erforscht, was auch immer. Moment, kann ich das auch auf? Ah, ich kann wieder Einheiten bauen. Ich kann wieder Einheiten bauen. Äh, Python. Halbkette. Luftabwehrgeschütz werde ich vielleicht noch brauchen. Geht sogar nicht akzeptabel. Irgendwas, was ich sowieso nicht baue. Ach ja, das Hoovercraft wurde immer zu Testzwecken gebaut. Aber, ah, nee, nee. Hattet ich nicht noch irgendwas zu, wo ich bauen wollte? Nö. Nö. Da habe ich mich getäuscht. Acht von acht. Hey, heißt das, der ist befördert? Äh. Ja, er ist befördert. Ha, er kann jetzt in mehr Einheiten... ...schießen hier überhaupt zurück? Ich muss mehr bauen. Oh, verdammt. Ich muss viel, viel mehr bauen. Oh ja, wohl repariert man das Kraftwerk und... Ich kann dem mehr zuweisen. Nein, er hat schon acht, ne? Scheiße. Gebäude wird angegriffen. Ich brauche noch vier mehr Verteidigungsgebäude. Vier... Nein, nicht das billige Ding. Baut das mit den Raketen. Was? Nein, 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 nein. Zwei. Oh, die bauen schon. Oh, verfickte Scheiße. Ja, alles klar. Okay. Ganz ruhig. Eins soll dahin. Zwei baut es auf. Die Flamme... Sie sind unbedeutig. Sie können eh nix. Raketen, das ist, was ich brauche.